und soll zuletzt geht da da war ein uhr nun werden nur noch im ersten stadt zu sagen er ist er hat 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 er mit woher wo auch wo auch doch hat doch hat doch die nicht auf eine animation oder was einbringen kann Nein. Erstmal was aufsammeln. Goto Cola! Goto Cola! Goto Cola! Ich nehme mal eine Machete. Ich bin mal scharf ausgerüstet. Goto Cola! Ah, das ist diese Kräuter, glaube ich. Goto Cola! Goto Cola! Ah ja, und Goto Cola! Alkohol! Ja. Hallo! Ich bin wundervoll. Die Radio-Signal hat gesagt, du kommst. Äh. Schrotflinte. Ausweizen! So. Wir pläddern sich noch mal kurz voraus, okay? Dann können wir reden. Wie steht's? Tja. Du brauchst kein Radio. Nö! Okay, dann machen wir. Heute ist es, du kannst niemanden vertrauen. Aber Matutero sagt, du bist okay. Und das ist ein, den ich vertraue. Der Brot von der Radio hat es falsch, okay? Ich weiß nicht, wie in einer Präsenz. Ich kann dir das helfen. Aber ich weiß auch, wo die Walking Dead kommt. Und wenn du willst, dann kann ich dich da nehmen. Deep in der Jungle. Ein Ort, wo ich schlusser Experimenten mit Guds Kreaturen machen. Das ist, wo die Korpsen kommen. Das weiß ich. Du willst gehen? Mir bleibt keine andere Wahl, oder? Sure. Okay, dann. Let's go. Oh, nein. Wieder von ins Labor. Wieso finde ich das gerade so witzig, das Labor? Mal gucken, was wir da so für komische Wesen sehen, ne? Weißt du, was mir nicht gefällt? Hm, das ist ja vorgehend. Guck mal, ich bin genauso schnell wie er. Guck mal, ich bin schneller. So, did you take care of your business? Äh. Muss ich ja wohl, ne? Untersuche das Labor. Wen soll ich sprechen, verdammte Schei? Oh. Die wissenschaftliche Methode. Lade Labor. Äh, das sieht aber genauso aus wie da. Munition ist unbezahlbar, also setzt sie und überlegt ein. Äh, ja, tue ich immer. Ah, ja, tue ich immer. Erstmal Rapper. Hab ich offen. Hier ist ne Schnellreise. Wollen wir eben die Sachen verkaufen? Gucken wir mal, ob jetzt, warte. Doch vom Fluss ein Headler hat. Mehr praktisch, wenn. Brandwaffen sind tödlich. Achte nur darauf, der Abstand von brennenden Zombies zu halten. Näääää. Sag auch weh. Danke, Fred. Habt ihr ihn gefunden? Hast du noch an dem Quest oder ist er ein Händler? Händler! 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 Hallo? Was? Hast du denn so? Händler! Nö, nö, nö? Der Stacheldraht, Motortelefeue zero. Das heißt, da ist Pistol Money! Bis an keinen mehr in einem Trank. Ja, auch gut. Wie viel Geld hast du? Äh, 18.000, aber ich hab noch mitverkauft. Ich hab 40. 40.000 40.000 du hast nicht zufällig das zeug damit ich mir eine glorreise pistole machen kann oder was braucht dies tragen kann wir haben ja auch wollen wir mal nachschauen mit der sammeln 2 mal 0 und 2 mal metallschrott ein deo metallschrott müsste ich ja eigentlich bisschen was gekauft haben 10 Stück habe ich ich brauche nur ein deo ist ab 1 und zwei metallen aber ich brauche ich nur noch eine feuerachs mit ginge das südens große libra zu große speitern sind nun aber von den großen Sachen haben wir nichts gefunden die komischen das war so ich habe jetzt eine glorreise Schnellschusspistole was ja nur bis zwei glorreiche Pistole ja ja die habe ich jetzt verkauft bis soweit ich bin ich bin ich bin Prozent ich weiß es ist ja auch die schnelle aber ja Michael Kornherd Kornherd sagst mir ist es nun lieber ein große Universax oder große Speiter Kornherr mehr aber es zu haben die Möglichkeit gefunden und umwelt zu finden Ich krieg zwei mal In der Quest? Nein Komm hier hin Da bitte, dein Werk Yes Hm, schade Ah, jetzt können wir auch gleich die Schnellreise benutzen, ne? Wo hin sollst du gehen? Zum Labor Ich bin nur an dem Boot Bist du runtergesprungen? Ja Ja Von ganz oben? Nein Hast du das gesehen? Mhm Okay, komm mit Halt mich am Boot fest Wahrscheinlich Hui Ich bin gespannt, was man noch aus dem Maschinengewehr machen kann Oh ja Ich hab ja noch eins Das stelle ich auch gerne für Experimente zur Verfügung Ja, jetzt kommt es vor Jawohl Das Auto reiß Lass uns lieber nicht fahrenden, es neues Gebiet, deswegen Okay aber wenn du möchtest, kannst du ich hätte dich nicht davon haben ja, das ist so ein schönes Grün Schraubenschlüssel hängt am Rohr hinter dir im Rohr? hier ist ein Ausweis Welt ein Wunder mein Schraubenschlüssel ist besser und wie sieht's mit den hier aus? ähm benötigt Stufe 40 und ich bin 40 ich bin 36 ich brauch noch ein bisschen XP ab Hälfte ich will jetzt nicht rechnen auch wenn ich's gerne tue ach scheiß drauf das soll dabei schief gehen das war hell wow das war hell ok gehen wir mal langsam voran aufs Funken zu sprühen ich hab die Pistole im Anschlag warte mal das sind doch Experimente wenn denen nicht das Geld vorher abgenommen vielleicht haben sie sich da auch wieder geholt wir sind da lang also gehen wir mal hier lang wir sollten das echt weiter so machen ne in Dings haben wir jetzt ja eher weniger gemacht im Dschungel anderen Dschungel ok der ist tot hier ist eine Frucht und ein paar mehr und ein paar mehr ja Prozent aber auch hier 20.000 alles safe damit ein Hackmesser auf dich eingehauen ja so ich verstehe immer mehr damit ich mache Arpast ist der Punkt also ich soll die Schüsse doch einer ich gehe lieber anstatt zu laufen ja haben wir es gerade eine Abkürzung gesucht oder einen Umweg besser gesagt wahrscheinlich ich muss schon sagen hier sieht es echt nicht schlecht aus da wir da lang sollen gehen wir natürlich wieder an unserem Weg ne bin ich doch schon ja ich will er wieder so nehmen die Luft ich hab den Drang da runter zu springen woher kommt der Drang hehehe na vielleicht liegt es daran dass ich weiß dass ich Respawn hehehe eigentlich sieht es gar nicht so scheiße aus ohne Witz ich glaub dich ja ich bin das hier ich bin ich bin du ich bin ich bin du hole ich bin du hast du du hast du hast du noch eine für mich und noch eine für mich auch nicht hier gibt es nicht weiter was das ist auch gehört ich halte es immer noch fünf Stunden zum du bist ja hier sind wir schon langgegangen der Unterschied ich würde es nicht machen dafür ist man mir mein Geld gerade zu wichtig wir haben ja auch aber ich wollte mal runter kommen hätte sein können dass es dann was ich bezahle für level 40 ja weniger weiß was ich witzig find immer wenn du an deinen Sessel festklebst oder so oder Stuhl und dann oh ich muss mir gleich nochmal Bratkartoffeln machen warte mal hat nicht der Timer schon geklingelt 9 du wirst langsam Paranoid Michael nicht Paranoid sondern nicht weil ich wow was ich bei einer gehauen hätte so weil wir da schon waren wissen weil das da nichts kommt jeden schwerer Geld und die Zeit Krippe ja ich wollte gerade fragen ob du gefahren bist aber so schlecht fährst du ja gar nicht ey das war jetzt einmal ne ja ich weiß das soll ja auch nur ein Scherz sein ich dachte du wirst mir nicht mehr hinterher tragen ich bin ich bin zu schwer ich weiß boah der unterscheidet sich von den anderen war wohl ein hochrangiger dieses Experiment hallo anyone pssch nicht so laut naja hörte ich noch jemand verdammte Scheiße aua ich bin dran hab mein Ski eingesetzt doppelschlag hab mein Ski eingesetzt Sprungkick mit ausführenden Kill ja ich bin Pokémon ich muss mein Ski einsetzen hii ah ok hat eine Sau ne hat man in der oder auch nicht vergesst du die ist warte mal oh fuck aua die kriegst alleine jaja wo wir kommen nach oben hinter dir ja ich hab schon gesehen ok Tobi? Ja? Es ist jetzt schlimmer als das Auto Wow, shit Hab's geschafft Ja, oh Ja, aber ich hing fest Er nicht Links Da ist Jesus, warte Ist der so in der Luft gelandet, ne? Nein Michael, komm, helf mir Oder halt mir Ey Das ist der Skalier Michael Tobi, kommst du auch? Nee Okay, die kommen immer hoch Ich leuchte dich an Ja, ich bin an einen bestimmten Punkt gelandet Und der wäre Die Brücke Ich pass auf das Tor auf Oh fuck Da kommen welche Äh, nein Da schießen welche Nein Was denn? Da kommen mehrere Deswegen sag dir doch welche Ja, so, jetzt aber Du bist gerade im Kampf, oder? Hä? Nein, nein Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch Lass konstruktive Kritik da und haut raus bis zum nächsten Mal